Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei nächsten Folge von One Piece genau heute will ich mit sammelspielen fangen wir an ich hoffe kann ich so jetzt weiter weil ich auf Versehen ist auf zweites Spiel genug Säge setzen ja komm scheiden wir bis vierzehnten ja habe ich schon ok Säge setzen das ist Level 14 bei mir ach ne man muss ja noch ein bisschen verbessern noch das anfang der Legende wir sind Kapitel 4 Kapitel 1 Episode so in jetzt das ist auch das letzte was der König Piraten gesehen hat und dann hat er ins Grab gebissen hey du komm da sofort runter dieser Schaffer steht unter der besonderen Schutz der Weltregierung schau da schau dass du da fahrt zur Hölle was wer endlich treffen wir uns wieder stroken ach du bist bloß boogie scheiße für was hältst du dich eigentlich der spaßvorge hast du immer noch mehr wir veranstalten wir veranstalten jetzt deine öffentliche Hinterrichtung Gaiha auf der Schrott der Piratkönigs fühl dich geehrt das ist 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 das Vielleicht so, Hemd, habe ich je ein Bier aus den Stadt entwischt lassen? Ja, da haben wir wieder Ausnahmen. Ja, da haben wir noch etwas gesagt. Na, das ist gut. Obwohl, niemand hat mich interessiert. Ich bin ein Mensch. 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 Der ist noch nicht zu treffen. Ich bin ein Mensch. Der ist noch nicht wie das Sch affecting. Ich bin zuge. Er erklärt man. Ich bin ein Mensch. Das ist sch问bar. Da sind wir nachher, die Menschen. Ich denke, wir brauchen einen Gramm-Gitglied. Du bist der All-zimmer. Untertitelung aufgerufen werden. Du bist der All-zimmer aufgerufen. Das war's für heute. So Leute, wir müssen abrollen von Lockdown. Ah ja, wir sind im Lockdown, der letzte Start für Grand Line, genau, so heißt er an der Lockdownhafen, ok, wer muss zur Lockdownhafen? So, Kampfhuppe, äh, ja, mein Kollege hat er beantwortet kurz, äh, ich war einfach, wo ich beziehe, ok, ich habe mir aber ein bisschen mehr Gesundheit gegeben. Ok, Donkrik, mehr Angriff, gut, der Alon, Rafi, oh, der hat 10, haben wir 10, gut, und mehr haben wir nicht mehr, schade. So, Fähigkeiten, machen wir ein, weil wir haben nicht mehr, ja, das stimmt, ja, höher können wir nicht machen, da passt, äh, Armee, ja, weil, zurück, nein, nein, äh, komischerweise, ich habe noch nicht, kann ich nicht spielen. Vielleicht kommen wir gleich, so, beginnen wir mit der Schlacht. So, wie ich weiß, ab dieser Episode. Lol. Ich mach den, jetzt haben wir irgendwie die, zu ihm 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 zu ihm. so was wollte ich noch sagen was wollte ich noch sagen dass ab wenn hat der raffi den der beide klo besiegt den don krieg und captain black und den alon ab jetzt ist der koppel auf raffi veröffentlicht sage ich so ja und der von veröffentlicht und der wert ist 30 million werden ja schon ein bisschen werden müssen wir noch den nächsten besiegen wo ist er und wo ist hier ja da ja 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 danke für deinen hilfe ja also wenn ich hier also wir fehlen hier Ja, ja, toll. Ne, das kommt noch, dann werde ich nicht verraten, was wollte ich gerade sagen, weil das kommt nach, wenn sie jeden Fall nach Grand Line fallen, die halten sich für Spüche, aber was wäre, sage ich nicht, vielleicht manche wissen, das ist alter Animal. Ah, das ist jetzt schon hier, okay, tschüssi, jetzt kriege ich die Tashigi. LOL! Wieso kann ich sie nicht bekämpfen? Wieso, wir verarschen? Wieso geht das Shigi? Ja, schön, aber wie? Hä? LOL! Ey, ich kann sie nicht treffen! Was ist das für Scheiß? Sie blockieren meine Eingriffen. Sollen nehmen oder was? Was ist das? Ich würde mich sagen. Ich würde mich weiter sehen, dass da die Arme aufballen hat. Ich würde mich nicht helfen, aber wie geht da. Ich würde mich rein, ich würde mich helfen, vas. Was ist das? Was ist das? Ich würde mich sagen. Ich würde mich freuen, wenn mich. Ich frage mich die ganze Zeit, wie soll ich die besieden, wenn ich kann sie keinen Schaden machen? kronkraft 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 jay Ich kann sie nicht verletzen. Was ist das für ein Kack? Ey, das ist nicht... So, und jetzt? Yeah, wir sind nicht mit Glück. Ich kann so farb... Mag sie irgendwie die Tore auf oder nicht? Aber ich weiß nicht... Äh... Sophie! Och du Scheiße! Ich bin der Junge! Ah... Ich bin der Junge, die mir ist! Ich bin der Junge! Ich bin der Junge! Und das ist ein Grund! Ich fisch, fisch, du fisch. Ich fisch, du fisch, du fisch, du fisch. Schnell jetzt, beeilt euch, die Tore sind offen, es gibt keine Zeit zu verlieren. Zuerst der Blitzschlag. Und jetzt dieser Wind, der Himmel, der Himmel selbst scheint auf seiner Seite zu sein. Aber er, aber wer auch immer er ist, ich glaube nicht auch. Er ist frei. Laufen wir weg, schnell. Ich fisch, du fisch, du fisch. Ich fisch, du fisch. Ich fisch, du fisch, du fisch, du fisch. Ich fisch, du fisch, du fisch. Ich fisch, du fisch. Ich fisch, du fisch, du fisch. Ich fisch, du fisch, du fisch. Du fisch, du fisch, du fisch. Du fisch, du fisch, du fisch. Wo ist der? Da ist der. Ich hab ihn gesucht. So. So. LOL. Ich muss gegen zwei Armeen kämpfen. Na toll, besser könnte ich mich sagen. Hallo. Ja. Es muss den Arm gehen. Jetzt die Floskeit. Oh, er geht so, joa, ich hoffe, ja, ich hoffe, ja, ich hoffe, ja, ich hoffe, genau, machen wir so. O-Oh. So. Ah so, bei Seite, diein von Saul zu erzeugt. Läufe, ich bin ja. lol was macht die was macht raffi da ganz unten noch lol ah, den Aldiwasch, ok, das klt einlösen lol Toll! Oh, na toll! Ja, stimmt! Fuck! Ah! Ich habe Fehler gemacht! Samji kann nicht gegen Frauen kämpfen! Deswegen kann die nicht angreifen! Das klingt alles! Oh! Han Saints der Attack! Das war mal. Ich habe eine Schwerge mit sich so, zum Beispiel drinks! Er hat eine Schwerge mit Begriff zu! Der Seil tint ihre Erfeung! Anxiao-anx-anx-anx-anx-anx-anx-anx-anx-anx-anx-anx. Der Dich von ZD-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z! Gibt es auch noch... Ach scheiße Alter... Ah, das ist nur... Diese Fähigkeit, die Freundschaft kann die besiegen, weil... Samje kann die nicht besiegen allein. Scheiße! Äh... Ätzeln. Gut, aber... Gut... 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 honey... Gut... 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 Wo sind wir? Leck mich, Raffi! Du bist ein Arsch! Also, Samji werde ich nicht mehr nehmen. Er ist schon cool. Weil er kein Wunsch gegen den Grauen. Ja, ein bisschen. Aber schon. Was ist das? 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 Da ist es! Getroffen? Ja! Getroffen! Geil! Dann gehe ich weiter zu den anderen. Jetzt Raffi geht nach oben. Gut. Dann beide. Ich hoffe Tashik wäre nicht dabei. Also Samtien frage ich mich das. Ich glaube ich werde schneller als den... Kassetien oder sowas, wie die immer das heißt. Wir brauchen meine Hilfe. Alles. Es ist jetzt kein Ding. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Sehe an. Sehe einer an. Deswegen... Lässt uns die Marine wohl nicht in Ruhe. Was? Rufi das? Es gibt ein Cocktail auf uns. 30 Millionen Baby. Jeder wird meine Hinterkopf kennen. Versteht ihr nicht, wie ernst das ist? Meine Menge Leute wird hinter uns her sein. Und zwar nicht nur die bessere Kopfkriege... äh... Kräntelein. auch die Elite der Marine. Ganz genau. Und ich... White Hood Smoker... ist... im Namen der Marine. Jetzt auch nicht... Lasst euch nicht lebend von dieser Insel entkommen. Shit. Oh nein! Schon wieder die! Die ist das Schlimmste! Ich würde mich nicht... ja... Schlimmste. Ich würde mich nicht mehr in Ruhe bringen. Ich würde mich nicht mehr in Ruhe bringen. Was ist das? Was ist das? Ah, okay. Schnell nicht! Es hört nicht auf zu blitzen. Captain Buggy, wir sollen das Unwetter vermeiden. Nehmen wir keinen kleinen Umweg. Nehmen wir einen kleinen Umweg. Das sind wir sicher. Machst du Witze? Das denken alle noch? Ich hätte Angst vor ein paar Blitzen. Verzeihung. Okay, dann los. Und warte. Wahrscheinlich erwartet alle von einem großen Captain, dass wir direkt geradeaus gehen. Verwehren wir, indem wir einen Umgang nehmen. Aus dem Weg. Ja, nichts nutzen. Captain. So, also Buggy müssen wir auch becker. Das ist so. Komm, gehen wir erstmal zu Buggy. Wir sind ja. Das geht schnell. Buggy. Ah, der geht da lang. Feige. Weißt du, was ist das? Du kannst nicht gehen. Ich schaffst du jetzt. Ich schaffst du jetzt. Wir müssen jetzt mal auf die Seite zurückkommen. So, mach ich. Wie ist das? Ich bin ja. Ich bin ja. Das ist so ultra, ultra schnell. LOL Ich habe nicht gedacht, dass die sind so schwach. Okay, gehen wir da hin. Ja, das ist so schön. Jawohl, ist das schön? Das ist so schön. Wenn ich hier in Kriegung habe, nehme ich an. Ich habe noch nicht in Kriegung. Ich mache jetzt das, was ich auch hier bin. Das ist kassierisch. Das ist so schlimm, ich werde nicht selber machen. Ich werde nicht hier sein. Ich habe einen Schwer, ich habe einen Schwer, ich habe einen Schwer. Ja, ich versuche die. Ah, okay. Ja, ich will ja Kastele. Jawohl, endlich süß. Ja, ich will ja. Ja, ich will ja. Ja, ich will ja. Ich bin... 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 So. Ja, misseule Pültgen. Ich bin... 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 Oh Loll! Loll! Ich muss warten ein bisschen, ja hier ist kein Held. Ja, es ist auch der Nix. Das war's. Ach so, da muss ich so oft treffen, wie ich kann. Das war's. 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 Ok, wir haben ihn bis dahin gehauen Oh, gut. Dumped. Cool. Okay. Yeah. What's the name of the ship? There's a bridge in that light. What's going on? I'm not sure. I'm not sure. You're not sure. I'm not sure. Let's go. I'm not sure I can do it. I can't do it. I can't do it. I'm not sure I can't do it. 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 Let's go. Grand Line. So. Oh. Oh, schade. Ah. Okay. Und... Lecker ab. So. Smoker. So. Smoker. Bei mir. Der darf ich schwingen. Ja. Will ich. So brauche ich. Yeah. Komplett. 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 Sag ich so. Ah. Nico Robin da noch. Betaltigung auch Komplett. Komplett. Geil. Aha. Leuch bei Samji. Okay. Geld haben wir genug jetzt. Smoker. Ja. Aber. Wieso haben wir ja keinen Namen. Das verstehe ich nicht. Naja. So. Leute. Wir haben den Kapitel 1 abgeschlossen. Möööö. Ungefähr 33%. Ne. Spass. Ja. Ja. Das war das. Für dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja. Dann. Bitte. Bewerten mit einem Daumen nach oben. Und wenn nicht. Dann. Lasst lieber. Oder wenn ihr. Es war kritisch. Dann. Daumen nach unten. Wenn nütig ist. Aber ich vermute nicht. Und. Ja. Wir sehen uns. In der nächsten Folge. Ciao.